Herzlich willkommen liebe 1000 PS Freunde, ich bin der Max und ich begrüße euch zu einem neuen TuneUp Video bei uns. Es geht um die Tenere 700 von Yamaha, da haben wir vor einigen Wochen schon einmal einen Beitrag online gestellt, wo wir unser Vorhaben präsentiert haben. Jetzt sind wir da mit den ersten Schritten in der Umsetzung durch. Wir sind zu Gast bei Martin Bauer und wir packen heute für euch ein paar spannende Bereiche an. Allen voran das Fahrwerk, dann haben wir was mit der Bremserei, mit der Kupplung gemacht, mit ein paar Ergonomie-Teilen von Gillestooling, andere Blinker haben wir drauf, ein paar Kleinteile, spannender Beitrag. Bleibt dran, zieht euch das rein. Ja Martin, freut mich persönlich muss ich sagen ganz besonders, dass du dich wieder einem unserer Tuner-Projekte da angenommen hast. In dem Fall mal was nicht so sportlich ist, sondern eher geländeorientiert ist in Form der Tenere 700 von Yamaha. Sonst sind wir oft schon mit Supersportprojekten und Naked-Bike-Projekten bei dir gewesen. Heute, wie gesagt, einmal eine ganz andere Kategorie und jetzt komme gleich mit meiner ersten Frage auf dich zu. Was hältst du von der Yamaha Tenere 700? Das ist ja glaube ich auch das erste Mal, dass du das Bike-Tog gehabt hast und dass du auch selbst damit gefahren bist, ne? Ja, also wir haben normalerweise mit oder ich persönlich mit den Groß-Enduros jetzt nicht so viel am Hut. Wir machen zwar sehr viel Fahrwerksoptimierungen, weil gerade so Groß-Enduros wären halt eigentlich entgegen dem Ursprungsgedanken sehr häufig eher auf dem Asphalt bewegt und weniger im Gelände und dafür machen die natürlich unheimlich viel Bewegung und haben unheimlich große Federwege, die für die Straße eher kontraproduktiv sind. Und deswegen machen wir trotzdem auf dem Groß-Enduros-Sektor sehr viele Anpassungen und Umbauten. Nichtsdestotrotz habe ich mich dann jetzt aufgrund von diesem Umbau, den wir davor haben, etwas intensiver mit dem auseinandergesetzt und bin grundsätzlich eigentlich sehr begeistert von dem Fahrzeug. Es ist sehr leicht in der Handhabung für eine Groß-Enduro, muss ich sagen, für diese Kategorie, wo er die reinfällt, lässt er sich sehr leicht bewegen, sie hat wenig Gewicht. Also wenn es darum geht, so eine bisschen größere Enduro mal auch im Gelände bewegen zu wollen, dann liegt man mit dem Fahrzeug ganz gut. Der Motor ist einem gut gelungen, super leicht fahrbar, das Handling ist gut. Also von dem her bin ich eigentlich mal begeistert, ja. Du, gefreut mich sehr. Deine Einschätzung ist natürlich sehr wichtig für mich. Du kennst natürlich diesen Motorradsektor wie kein anderer und hast da wirklich ein breites Wissen und Know-how zu dem Thema. Und wie gesagt, das gefreut mich, dass du das auch so siehst. Auch in unserer 1000 PS Community haben wir sehr viele Fans von der Tenere 700. Sie überzeugt natürlich, neben den ganzen positiven Eigenschaften, die du jetzt gerade erwähnt hast, auch durch ein aus meiner Sicht sehr akzeptables und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verkauft sich auch dementsprechend gut. Aber es ist natürlich so, du hast das vorher auch schon angesprochen, viele von den Leuten kaufen sich natürlich jetzt so eine Kategorie Reise-Enduro und fahren aber dann trotzdem halt kaum im Gelände beziehungsweise vielleicht zehn Prozent im Gelände. Und damit ist man dann halt in vielen Bereichen des Motorrads ein bisschen in einer Kompromiss-Situation, in einem Kompromissbereich unterwegs, weil ich brauche eben die langen Federwege nicht. Ich brauche diese ganz softe, sänftenartige Dämpfung oft nicht. Mit Windschutz, Ergonomie etc. Es gibt halt immer ein paar Teile, die so angepasst werden können. Und jetzt, wer meine, mein Vorhaben, stürzen wir uns gleich mal direkt rein. Und einer der größten Punkte, den ihr da bei der Tenere 700 angepackt habt, war das Thema Fahrwerk. Wir haben was von Öhlins bestellt, sowohl an der Front eine Cartridge, also ein Cartridge-Kit und hinten ein Federbein. Und starten wir vielleicht einmal mit der Front. Martin, wenn ich dir um die Einschätzung bitten darf, wie ist denn dieses Material von Öhlins, dieser Cartridge-Kit im Vergleich zum Original, was Yamaha verbaut? Es ist natürlich von der Qualität deutlich was anderes. Klarerweise, man kann im Serienbereich, wenn man Motorräder in einem Verkaufswert von, wie die Teneredo ist, von so um die 10.000 Euro, jetzt nicht sündhaft teure Federelemente da verbauen. Weil sonst komme ich mit dem Verkaufspreis einfach nicht hin. Nichtsdestotrotz funktionieren sie jetzt nicht komplett schlecht, also das darf man nicht sagen. Auch wenn sie ein bisschen einfacher im Aufbau sind und auch von den Materialien, die verwendet sind. Wenn ich, ich sage einmal, eine normale Spazierfahrt machen möchte und jetzt nicht so der Kurvenwetzer bin und viel Feedback brauche von den Reifen oder haben möchte, dann komme ich mit einem Originalfahrwerk sicher auch irgendwie über die Runden. Also es ist nicht so, dass das jetzt unbedingt komplett alles schlecht ist. Ich vermisse beim Originalfahrwerk, aber wenn wir da über den Vergleich schon ein bisschen quatschen wollen, ein bisschen die Einstellbreite. Also die Möglichkeit, das Fahrwerk anpassen zu können, man merkt schon. Man muss kurz einwerfen, also das originale Fahrwerk ist ja auch einstellbar, aber natürlich nicht in dieser Breite, wahrscheinlich jetzt wie des Öllins. Richtig, genau. Also die Bandbreite, was ich hier abdecken kann an Einsatzmöglichkeiten, ist natürlich mit dem Originalfahrwerk ein bisschen eingeschränkter. Muss man sagen, ist auch wahrscheinlich der Fokus gewesen von Yamaha, auch dieses Fahrzeug in erster Linie oder sehr stark Offroad-lastig zu bauen. Da muss ich natürlich fahrwerkstechnisch andere Wege gehen, als wenn ich es auf der Straße fahren möchte. Und genau das war eigentlich dann der Punkt, wo wir da eingehakt haben, weil die meisten der Fahrer von solchen Fahrzeugen doch auf der Straße hauptsächlich unterwegs sind. Und da herrschen ganz andere Anforderungen an einem Fahrwerk, als jetzt, wenn ich ins Gelände fahre. Und da bin ich grundsätzlich einmal mit dem schon gut aufgestellt, weil die Bandbreite und die Einstellbreite, die ich habe von diesem Fahrwerk, deutlich größer ist als vom Originalen. Das heißt, ich tue mir leichter, die Grätsche zu machen zwischen einem sehr schwach gedämpften Offroad-lastigen Fahrwerk bis hin zu wirklich schnell gefahrenen Onroad-Fahrten, wo ich ganz andere Dämpfungen brauche, andere Federraten brauche, damit ich nicht so viel Federweg mache oder aufbrauche und mehr Rückmeldung bekomme. Und da hat das Fahrwerk sicher einen großen Vorteil gegenüber dem Originalfahrwerk. Ja, mit dem Originalfahrwerk, das sei vielleicht an dieser Stelle auch noch erwähnt, habe ich natürlich die ersten 1000 Kilometer gemacht, bin ich die Einfahrphase gefahren, habe das auch schon im ersten Videobeitrag angekündigt, dass das eh an sich linear ist, transparent ist, aber natürlich wie üblich in dieser Fahrzeugkategorie einfach enorm lange Federwege hat. Und mein Vorhaben oder unser Vorhaben bei 1000 PS war ja an sich auch, dass wir 85, 90 Prozent Straße fahren, ein bisschen eine Reserve lassen wir uns natürlich für Offroad-Fahrten, für Schotterproduktionen, für Reifentests im Offroad-Bereich, also alles, was wir so in den nächsten zwei Jahren hier noch mit der TNR 700 vorhaben. Und Stichwort Reserve, ich glaube, das ist auch etwas, Durchschlag Reserve, das ist schon etwas, glaube ich, was mit diesem Öhlins-Fahrwerk da an sich jetzt dann ein bisschen verbessern hat können, oder? Für das grobe Gelände dann auch. Ja, also wenn es dann wirklich ins härtere Gelände geht, wo vielleicht einmal ein bisschen Sprünge auf dem Programm stehen, hat man hier natürlich schon ein bisschen mehr Reserven. Das originale Fahrwerk ist gerade, was Federbein und so betrifft, bei Sprüngen schon dann ziemlich am Limit, gerade wenn man ein bisschen ein schwererer Fahrer dann auch noch ist. Also da hat man dann schon auch mehr Reserven in diesem Bereich, auch wenn man jetzt nicht nur auf die Straße denkt, sondern auch ins Gelände, bietet das dann schon mehr Möglichkeiten. Zumal, wenn wir so einen Umbau machen, wird das ja auch aufs Fahrergewicht abstimmen. Das ist ja ein riesen Unterschied, auch besonders im Gelände, ob da ein Fliegengewicht drauf sitzt mit 65, 70 Kilo, oder doch jemand stämmiger mit 120 Kilo. Das ist gerade, wenn man ins Gelände reinfährt, dann ein riesen Unterschied. Und das können wir dann natürlich dementsprechend konfigurieren, von Haus aus schon. Das ist nicht unwichtig. Bevor wir uns jetzt aufs Federbein im Heck stürzen, was aus meiner Sicht auch noch die größere Baustelle war, wie du schon gesagt hast, das war ein bisschen unterdämpft, sowohl auf der Straße, wenn man sportlich gefahren ist, als auch dann im Gelände, wenn es irgendwie an Sprünge oder sonstigem was geht. Aber bevor wir jetzt auf das Federbein näher eingehen, vielleicht noch kurz eine letzte Frage an der Gabel. Hast du da jetzt auch in der Bestellung bei Öhlins was von der Federrate im Vergleich zum Original verändert? Also ist da jetzt was anderes drinnen, auch in Sachen Steifigkeit oder wie soll ich sagen, hast du hier Federrate glaube ich, oder das Stichwort? Ja, genau. Also wir haben hier eine andere Federrate gewählt als im Original, wobei nur die Federrate alleine auch nicht nur ausschlaggebend ist, wie viel Federweg man vorne nimmt. Natürlich auch. Was da aber sehr viel mitspielt, gerade wenn es ums Bremsen geht, ist, welche Luftkammer man da verbaut hat. Ja, weil die Luftkammer quasi diese Kraft, die sich aufbaut durch diese komprimierende Luft, wenn man die Gabel zusammenschiebt, addiert sich sozusagen zur Federkraft. Und das ergibt dann so eine Art Progression in Summe, die beiden addiert, weil das nicht linear zunimmt, sondern es geht dann sehr progressiv, wenn man die Luftkammer kleiner macht, kann man damit einstellen dann auch, wie viel Federweg man vorne nimmt. Also wir versuchen das schon so hinzutrimmen, dass man das nicht nur über die Federrate macht, weil wenn man es nur über die Federrate macht, musst du relativ hart gehen. Und das hat den Nachteil, dass dann irgendwann einmal unsensibel wird oder bockig wird auf der Straße. Und das wollen wir dann auch nicht. Also da gibt es so einen Kompromiss zu finden. Aber, um deine Frage zu beantworten, wir haben auch von der Federrate hier eine andere gewählt, als im Original dann drinnen verbaut ist. Ja, alles klar. Dann siehst du mit der Luftkammer, da habe ich schon wieder etwas dazugelernt. Deshalb habe ich nicht gewusst, dass das auch so wichtig ist. Vielleicht jetzt trotzdem noch eine Frage, ist es eigentlich eine Separate-Function-Gabel dann jetzt auch mit dieser Öhlins-Konstruktion nach wie vor? Also man nennt das so asymmetrische Cartridge, wo du auf einem Holm die Zug- und auf dem anderen die Druckstufe drinnen hast. Ja, wunderbar. Na, mit diesen Worten leiten wir vielleicht wirklich über zum Federbein. Da ist ja jetzt hinten drinnen das STX-46 Adventure Federbein von Öhlins. Ich würde jetzt nicht sagen alter, bekannter, aber trotzdem wirklich ein bewährtes Material, was es, glaube ich, seit einigen Jahren im Portfolio gibt von den goldenen Schweden. Ja, das war aus meiner Sicht wirklich das, was man auch im Fahrbetrieb als Laie relativ leicht und einfach wahrgenommen hat, dass es wirklich sehr senftnatig arbeitet. Auch auf der Straße natürlich im Gelände dann ein bisschen schnell an die Reserve geht. Ja, also dass man da auch ein bisschen durchschlagen, provozieren kann. Und speziell auch mit Gepäck, mit Sozia wird es dann wirklich so, dass das in einem grenzwertigen Bereich arbeitet. Aus meiner Sicht, das war das, was ich in den ersten 1000 Kilometern da halt festgestellt habe damit. Aber jetzt lasse ich gleich dich zu Wort kommen. Wie ist deine Einschätzung quasi jetzt original im Vergleich zum Öhlins Federbein, was jetzt drinnen ist? Weil du bist das ja schon gefahren. Ich habe jetzt noch gar nicht die Gelegenheit gehabt, dass ich jetzt quasi das fertige Bike hier mal Probe fahre. Aber wie war da so dein Eindruck, Martin? Also es ist auf jeden Fall ein großer Schritt zum Original Federbein. Gerade, was du schon angesprochen hast, in den Reserven. Gerade, wenn es einmal ein bisschen ein schwererer Fahrrad drauf sitzt oder mit Sozius unterwegs ist. Ich bin sie hauptsächlich jetzt mit Sozius auch gefahren, damit man hier auch, ich sage einmal, so ein bisschen den Alltag ein bisschen besser simulieren kann. Weil doch sehr viele Fahrer mit solchen Fahrzeugen mit Sozius unterwegs sind. Weil man ja auch sagen muss, dass die eine der wenigen Motorräder sind, die heutzutage noch gut Sozius-tauglich sind. Wenn du dir heute selbst ein Naked-Bike oder so anschaust. Ich rede gar nicht von Sportmotorrad, weil das kannst du dann eh fast vergessen. Aber selbst bei vielen Naked-Bikes ist es so, dass sich der Sozius hinten schon sehr schwer tut. Und das muss ich sagen, ist hier wirklich ein riesen Vorteil, dass du auch mit einem Sozius super klarkommst. Und deswegen wollten wir das auch einmal probieren. Also wir haben bei diesem Federbein auch zusätzlich einen Fernversteller da herüben drauf für die Federvorspannung. Dadurch können wir, je nachdem ob ein Sozius mitfährt oder eine Gepäcksimulation machen möchte oder wenn man Gepäck dazu gibt, das erhöhte Gewicht hinten mit der Federvorspannung kompensieren kann. Der Sinn dahinter ist ja, dass wenn ich jetzt mehr Gewicht hinten auflade, sei es jetzt durch ein Sozius oder durch ein Gepäck, würde mir das Heck ja hinten tief einsacken. Und um das kompensieren zu können, erhöhe ich die Federvorspannung und somit erhöhe ich mir wieder das Heck trotz der höheren Beladung. Und dadurch habe ich eine ähnliche Fahrgeometrie, wie wenn ich solo unterwegs bin. Und das ist eben der Vorteil von dem System, dass man hier relativ simpel mit ein paar Handgriffe das einstellen und nachjustieren kann. Die Dämpfung ist jetzt dementsprechend sportlich auch für die Straße gemacht. Natürlich ist es dann auch, wenn du auf der Straße unterwegs bist, ein riesen Unterschied zum Original-Federbein. Hat aber die Möglichkeit mit ein paar Klicker das Federbein relativ schnell auf Offroad-taugliche Einstellungen justieren zu können. Wir haben euch dann einen Zusatz, eine Einstellanleitung noch dazugegeben, wo ihr dann mal probieren könnt, zwischen Straße und Gelände von den Einstellungen, damit ihr das auch korrekt immer justieren könnt. Somit gibt es da ein bisschen einen Leitfaden, weil man ja als Unbedarfter oft nicht weiß, es gibt viel zum Einstellen. Es gibt einen Zug, es gibt eine Druckstufe, es gibt eine Vorspannung. Um da ein bisschen eine Richtlinie zu bekommen, bekommen unsere Kunden immer ein Einstelldatenblatt mit. Genau auf diese Einsatzzwecke, wo es sich die Kunden halt vorstellen. Und das haben wir euch auch mitgegeben, deswegen könnt ihr das einmal dann probieren. Und da erkennt man dann auch den großen Einstellbereich, den dieses Fahrwerk dann auch hat. Und hiermit kann man wirklich gut schnelle Onroad-Fahrten, also Straßenbedingungen abdecken, genauso wie relativ softe und weiche Offroad-Passagen. Also das funktioniert hiermit eigentlich ganz gut. Ja, das ist auch was aus meiner Erfahrung bei vielen Serienfahrwerken, die zwar einstellbar sind, muss man aber dann trotzdem von ganz links auf ganz rechts drehen, um halt irgendwas zu merken, ob da jetzt ein Unterschied ist und selbst dann fällt da oft nur marginal aus. Und in dem Fall finde ich das ganz toll, wie du sagst, dass man trotzdem eine sehr universelle Lösung hat, weil man halt einfach anhand eurer Daten dann relativ schnell, indem man einfach ein paar Klicks zählt, sozusagen den Offroad-Zustand herstellen kann und dann aber wiederum binnen, ich weiß nicht, fünf Minuten wahrscheinlich nicht einmal die Straßen-optimierte Variante sozusagen von Zug- und Druckstufe. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Ja und somit sind wir beim Thema Fahrwerk einmal durch, hätte ich gesagt. Vielleicht könnte man da noch kurz auf die Reifen noch zu sprechen kommen, weil ein Fahrwerk immer mit den Reifen mehr oder weniger harmoniert oder zusammenarbeitet. Und da muss man halt auch dazu sagen, wenn wir schon Richtung Straßeneinsatz in erster Linie gehen, ein Fahrwerk kann nur so gut funktionieren, so gut der Reifen der ist, der halt auch den Kontakt zur Fahrbahn herstellt. Und da muss man halt dazu sagen, dass diese Bereifung, die da drauf ist, im schnellen oder in der Flottengangart auf der Straße wahrscheinlich jetzt nicht erste Wahl ist. Also ich kann dieses, man hat trotzdem ein bisschen ein schwammiges Gefühl, das liegt aber daran, dass diese Bereifung, die da drauf ist, ich denke, das ist ja die Serienbereifung, da sehr viel Bewegung in den Stollen hat. Es sind sehr grobstollige Reifen und sehr fürs Gelände schon ausgelegt. Und wenn ich da auf der Straße flott unterwegs sein möchte, habe ich da trotzdem dann im Gummi drinnen, in diese Stollen sehr viel Bewegung, was natürlich eine gewisse Schwammigkeit dann verursacht. Das kommt dann nicht vom Fahrwerk her, sondern das kommt für den Reifen. Also wenn ich dann wirklich eine gute Performance auf der Straße erreichen möchte, wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, auch über die Bereifung nochmal nachzudenken. Wenn es darum geht, auch wirklich im Gelände öfters unterwegs zu sein, ist diese Bereifung ganz gut, weil es dann immer ein gewisser Kompromiss darstellt. Ich kann nicht einen Reifen für die Straße super optimieren, der dann auch im Gelände perfekt funktioniert. Also man muss halt da immer überlegen, was ist für mich der Fokus mit diesem Fahrzeug und nach dem kann man das dann auslegen. Das ist nicht nur beim Fahrwerk so, sondern es geht natürlich dann weiter bei den Reifen, die halt dann wirklich ein ganz wichtiges Thema dann sind, wenn es wirklich um schnelle Kurven fahren geht, weil da fahre ich dann doch sehr stark auf der Flanke, was ich im Gelände oft nie mache, weil ich da diese Schrägelung ja gar nicht fahren kann. Auf einen Schotter hast du ganz geringe Schrägelung im Vergleich zur Straße. Die Führung nicht da natürlich. Genau. Und da fahre ich dann bei dieser Bereifung extrem auf den Flankenstollen und die sind sehr weich ausgelegt, weil man ja da im Gelände noch den letzten möglichen Grip erhaschen möchte. Und auf der Straße ist es natürlich dann eher kontraproduktiv. Also das ist vielleicht noch etwas, was man dann dementsprechend für jemanden, der die Hauptfokus auf der Straße hat, so wie ich vermute, dass 90 Prozent der Fahrer von diesen Fahrzeugen auf der Straße unterwegs sein werden, da auch vor den Reifen her nochmal das überdenken sollte. Du, aber das ist eine essentielle Info, ja, weil viele denken sich jetzt wahrscheinlich, okay, ich will es sportlich haben, ich will es straffer haben, mein Haupteinsatzzweck ist eben Straße vielleicht. Naja, dann ist das Fahrwerk aber wahrscheinlich nur, weiß ich nicht, 80 oder 90 Prozent und die letzten 10 Prozent, dann scheitert es wahrscheinlich oft an der Bereifung, weil ich glaube, viele Leute trotzdem halt so eine Reifenkategorie da einfach drauf ziehen und wegen der Optik, ja. Also die Leute wollen halt, dass das noch Adventure ausschaut, brauchen es aber vielleicht nicht, aber gerade in dieses Segment knien sich aktuell eh einige Reifenhersteller und das ist ja auch noch eines unserer Vorhaben, wir wollen ja da den Zuschauern ein bisschen Reifentests liefern und da bin ich selbst sehr gespannt drauf, erstens einmal natürlich, wie das jetzt fährt und zweitens, wie du richtig sagst, was man da mit einem adäquaten Reifen eben für mehr Straßeneinsatzzweck vielleicht auch noch rausholen kann. Ja super, gehen wir weiter vom Thema Fahrwerk, was wirklich aus meiner Sicht halt ein bisschen eine Baustelle war. Es ist natürlich ein günstiges Bike und wir wollen da jetzt auch kein 20.000-Euro-Projekt draus machen. Es soll dieses attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten bleiben. Die Fahrwerkskomponenten an sich zusammen kosten circa 2.500 Euro, glaube ich, um den Daumen. Das ist eine sinnvolle Investition und alles, was jetzt quasi drum herum kommt, würden böse Zungen als Lametta bezeichnen. Aber es sind natürlich sehr viele individuelle Ergonomie-Sachen. Bei uns der Fouli, der Nils, ich im Team, wir sind alle relativ groß und da steigen wir jetzt gleich ein mit den Gilles Tooling-Geschichten. Und wenn ich da nach vorne blicke, haben wir jetzt eine andere Lenkerklemmung drinnen, Lenkerklemmböcke. Das ist ein bisschen höher als das Original meines Wissens und ich habe auch ein bisschen einen Verstellbereich. Martin, du bist ja auch 1.80, 1.85, wie groß bist du? 1.80 sowas, ja. Hast du gleich ein bisschen größer gemacht jetzt? Nein, aber ich meine, das ist schon eine sinnvolle Sache, denke ich. Und ich weiß nicht, Montage von so Lenkerklemmböcken ist das ein großer Aufwand. Erzähl ein bisschen, was habt ihr da gemacht oder wie ist das vonstatten gegangen? Ja, also man muss sagen, dass sehr viele von den Anbauteilen, die wir jetzt verbaut haben, nicht ganz so einfach zu verbauen sind, wie es oft vorhergesagt wird. Also man kennt ja das oft mit Plug-and-Play, aber das wird dann wirklich meistens eher zu Prey. Also es war sehr viel Aufwand, mehr als würde man selber erwartet haben. Ja, also wenn man selber gut versiert ist und ein paar Möglichkeiten hat, vielleicht das eine oder andere Teil mal zu bearbeiten oder zu ändern, dann sollte es kein Problem sein. Aber ich denke mal, die wenigsten werden das die Möglichkeit haben. Deswegen wären wir die Teile, die wir jetzt dann vielleicht kurz ansprechen werden, wäre es nicht schlecht, wenn man da jemanden zur Hand hätte, der einem das auch anpassen kann. Ich meine, wir sind auf das spezialisiert, auf Anpassungen und Sonderlösungen, deswegen ist es für uns kein Thema. Aber ich denke, dass es teilweise für auch normale Werkstätten schon eine gute Herausforderung ist, viele dieser Teile zu verbauen. Ja, wie gesagt, ist natürlich klar, wir haben ergonomisch, also vielleicht gehen wir es kurz durch, was haben wir alles an euch quasi vorbeigebracht? Wir haben die Lenkerklemmböcke, wir haben eine andere Bremspumpe montiert, wir haben eine hydraulische Kupplung montiert, wir haben von Kieles Tooling dann auch eine Fußrastenanlage hier speziell für diese Tenere 700 bestellt. Wir haben andere Blinker drauf, wir haben ein paar Kleinteile wie Kettenspanner dann noch und ein paar Gewichtsoptimierungsteile mit drinnen, also um das einmal grob zu umreißen. Es ist auch noch ein verstellbares Windschild an euch gegangen und wie Sie sagen, wir fühlen uns mit den Tuners immer gut aufgekommen bei euch und darum habe ich das einfach in die Hand gedrückt und ihr habt es da gemacht. Aber es ist natürlich, ja, es ist eine essentielle Info, viele dieser Teile erfordern natürlich ein bisschen ein Know-how, manchmal muss man sogar dort und da was nachbearbeiten, du hast das eh schon gesagt. Es ist halt so, ja, wenn man nicht gerade wirklich ein Profischrauber ist, dann ist man in guten Händen, wenn man da in eine Werkstatt geht, die sich auskennt wahrscheinlich einfach. Ja, also es ist wirklich einige Teile, wo man oft Spezialteile noch anfertigen haben müssen, damit es dann passend ist, weil doch viele Hersteller dann das nicht wirklich explizit nur für dieses Modell machen, sondern für mehrere Modelle und dadurch passt es dann für das eine besser, für das andere Modell weniger gut und dann muss man halt Anpassungen machen. Da passt ein Gewinde nicht, da muss man von rechts auf ein Linksgewinde umswitchen und und und. Also es war schon deutlich mehr Arbeit, die wir da investieren haben müssen, als man eigentlich erwartet hat, weil wenn man sagt, ja, man macht einfach nur andere Blinker ran, dass man da zum Beispiel für Blinker das halbe Heck zerlegen muss, das komplette Rahmenheck und das erschreckt dann schon am Anfang. Aber ja, es ist alles machbar, es ist halt immer nur die Frage des Zeitaufwandes, die man nicht unterschätzen sollte. Klar. Okay, Martin, wie gesagt, gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen ins Detail bei den restlichen Teilen. Ich war jetzt vorher bei der Lenkerklemmung. An sich eine sinnvolle Sache, deiner Meinung nach? Welchen Vorteil bringt es in der Praxis? Ja, also die Sitzposition passt mit dem jetzt eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Ich war doch jetzt ein bisschen länger unterwegs mit dem Fahrzeug und muss sagen, du sitzt super entspannt drauf. Jetzt bin ich auch nicht so der ganz kleine, ich bin zwar hübsch kleiner als du bist, aber mit 1,80 bin ich jetzt auch nicht so die komplett kleine Kategorie. Also ich muss sagen, ich glaube, ich bin eher so, wahrscheinlich stelle den guten Durchschnitt dar, muss ich sagen, komme ich super klar. Also in Kombination mit dem Windschild vorne hast du, obwohl du sehr aufrecht drauf sitzt, somit sehr bequem, trotzdem einen guten Windschutz. Also das ist, bei vielen Fahrzeugen wirkt sich das oft negativ aus. Es ist zwar bequemer, aber du hast dann viel mehr Winddruck auf den Schultern und bei höheren Geschwindigkeiten ist es dann wieder ein bisschen nerviger. Aber das ist hier nicht der Fall, also in dieser Kombination funktioniert das eigentlich sehr gut. Die Sitzposition ist super bequem, mir gefällt das gut, der Abstand zum Lenker hin. Eine sehr angenehme Geschichte, also muss ich sagen, von dem bin ich sehr positiv angetan. Ja, im Blick Windschild, du hast das gerade erwähnt, da muss ich ein Dankeschön an unsere Community richten, weil ja, die haben da mehrfach in den Kommentaren beim ersten Video empfohlen, von Kedo gibt es so eine relativ preiswerte Lösung, die aber super funktioniert. Ich habe mir selber gerade schon damit gespielt, das sind im Prinzip vier Schrauberl, die man mit ein paar Drängern aufmacht und dann individuelle Höhe justiert und das wieder zudreht und damit hält es. Und das ist ohne großartig Schnickschnack einfach eine solide praxistaugliche Lösung, die schnell zu justieren ist. Absolut, also das war auch einer der wenigen Teile, die ohne Probleme zu montieren gegangen ist, muss man auch sagen, das war relativ entspannt. Hat aber super Funktionalität, also ich muss sagen, obwohl das Windschutz nicht riesengroß ist, bietet das enormen Windschutz. Würde man gar nicht glauben, wenn man das so sieht, weil es ja doch sehr weit weg vom Fahrer auch noch ist bei diesen Fahrzeugen, wenn man sich das anschaut, man sitzt da und das ist über einen Meter weiter vorne und ist doch nur einmal so groß, aber bietet enormen Windschutz. Das Einzige, man sollte nicht immer schauen, dass man das immer gut geputzt hat, weil du meistens, gerade wenn es kurvig wird, durch dieses Windschild durch auf die Straße schauen musst. Und wenn das sehr verdreckt ist, ist es irgendwann einmal nervig, dass du das nicht mehr gut erkennst. Aber das sind Kleinigkeiten, die man ja als ambitionierter Motorradfahrer sowieso immer ein bisschen im Auge behält, dass das nicht so komplett verdreckt ist. Aber Funktionalität wirklich gut. Mit der Ergonomie von dem Lenker, muss ich sagen, echt top gelungen. Ja, freut mich, wenn du das so einschätzt. Schauen wir vielleicht am Lenker ein Stück weiter nach rechts, es ist jetzt nämlich eine andere Bremspumpe drauf. Das war etwas, was ich schon damals bei der Präsentation in Spanien gemerkt habe von der Tenerys 700, aber jetzt natürlich auch bei den 1000 Kilometer, wo ich hier eingefahren bin. Es ist offroad-typisch einfach ein relativ knautschiger Druckpunkt da. Und es ist jetzt die Brems-Performance gar nicht schlecht, man muss halt ein bisschen anziehen und man hat vielleicht jetzt nicht so dieses ganz transparente Gefühl. Aber es ist natürlich, wie schon gesagt, einfach offroad-typisch dieses Feeling. Und jetzt haben wir aber trotzdem von einer Brembo-Bremspumpe auf eine Magura-Bremspumpe gewechselt mit ein bisschen größerem Kolbendurchmesser. Es ist ein HC1, auch voll einstellbar, wirklich schön gemacht, optisch ist das Ding auch. Und ich habe jetzt schon daran gezogen, wie gesagt, es ist deutlich merkbar, ich habe einen sehr direkten, knackigen Druckpunkt. Das ist auch das, was wir wollten. Aber wenn der Kolbendurchmesser nach oben geht, brauche ich dann trotzdem ein bisschen mehr Handkraft auch, glaube ich, an der Pumpe, oder? Ja, so ist es. Also man kann sich mit dem Kolbendurchmesser das Verhältnis aussuchen, wie viel Druckpunkt, wie hart soll der Druckpunkt sein und wie viel Handkraft brauche ich. Wenn ich den Druckpunkt verbessern möchte, muss ich natürlich vom Kolbendurchmesser größer werden, weil ich dann beim selben Weg, was ich ziehe am Hebel, viel mehr Verdrängung verursache. Dadurch wird es deutlich direkter, brauche aber mehr Handkraft. Also es ist ganz einfach Übersetzungsverhältnis gesetzt, das ist relativ simpel nachzuvollziehen. Das ist, wie gesagt, der kleine Nachteil, den man dann eben noch hat, wenn man das Fahrzeug wirklich auf der Straße bewegen möchte. Man hat mit diesem Umbau einen deutlich präziseren Druckpunkt, nicht so schwammig, aber die Handkraft ist natürlich nicht ganz vernachlässigbar. Wir haben nicht wirklich große Bremsscheiben drauf, also man merkt schon, dass auch in diesem Bereich eher in den Offroad gebaut wurde, weil dort möchte ich so eine griffige Bremse gar nicht haben. Weil jeder kann sich vorstellen am Schotter, wie viel Bremskraft kannst du am Vorderrad anlegen, das ist minimal. Und da würde dann eine zu aggressive oder zu bissige Bremse eher kontraproduktiv sein. Für die Straße habe ich das aber ganz gern, weil das ein bisschen Vertrauen vermittelt, wenn du merkst, wenn du da ziehst und das kommt klar, ein bisschen Verzögerung und nicht extrem anziehen musst, damit überhaupt sich was tut. Gut, also da gäbe es wahrscheinlich noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, da müsste man aber nicht über die Pumpe gehen, also da war der Weg über die Pumpe, mal den Druckpunkt korrekt zu machen oder korrekt zu justieren, ein guter. Also es hat auch super funktioniert. Den Rest müsste man uns über die unteren Komponenten dann erarbeiten, dass man einen dementsprechenden Bremsbelag mal verwendet. Das ist einmal der einfachere Schritt. Und als nächsten Schritt eben auf andere Bremsscheiben bzw. andere Bremssättel, je nachdem wie genau und wie gut man das haben möchte, dann noch umwechselt. Da gibt es noch jetzt eben verschiedene Stufen. Aber von meinem persönlichen Empfinden war das einmal eine sehr gute Geschichte, den Druckpunkt zu verbessern. Und wenn es jetzt noch darum geht, auch die Handkraft zu verringern, was schön wäre für einen Straßenbetrieb, muss ich dazu sagen. Also könnte das ruhig noch ein bisschen mehr bissiger sein, müsste man dann unten sich das anschauen und unten noch ein paar Optimierungen vornehmen. Ja, wie gesagt, ich müsste jetzt wirklich einmal Probe fahren. Mir hat vor allem dieses richtig knatschige Hebelgefühl halt einfach gestört. Das haben wir jetzt dann damit sicherlich auf ein gutes Niveau gebracht. Wenn du das auch so sagst, dann bin ich da voll überzeugt, dass es passt. Und es soll ja eine gewisse Offroad-Tauglichkeit in unserem Projekt ja auch erhalten bleiben. Und darum muss man einfach mal schauen, vielleicht sind es dann einfach nur noch ein bisschen schärfere Bremsbeläge, eben diese Kleinigkeit um es ein bisschen performanter eben noch zu machen. Und somit wird es dann hoffentlich passen. Ja, schauen wir weiter auf die Kupplungsseite. Da haben wir nämlich auch was vom Agura verbaut und zwar das Offroad-Kupplungssystem HiMac. Ist jetzt in dem Fall eine hydraulische Kupplung, vorher war es eine Seilzug-Kupplung. Aber ich brauche jetzt quasi, wie soll ich sagen, es ist nur der Kupplungsgeberzylinder, der ist hydraulisch quasi. Die Aufnahme auf der Seite bleibt aber im Prinzip ident. Es greift dann quasi nur der hydraulische Nehmerzylinder eben in diesen originalen Armen rein. Also es ist quasi kein komplett hydraulisches System. Kann man das so sagen? Oder vielleicht hast du bessere Worte, um es zu beschreiben? Ja, also man kann sagen, dass das, was normal vom Seil oder vom Bautenzug übertragen wird, hier über die Hydraulik gemacht wird. Die Bedienung unten dann, der Hebel, der von der Kupplung rausgeht, um die Kupplung zu betätigen, bleibt gleich. Nur diese Übertragung, die über ein Seil im Original von starten geht, wird hier eben über diese Hydraulik gemacht. Das hat halt den Vorteil, dass man, jeder kann sich das vorstellen, wenn ein Seil in einen Bautenzug gezogen werden muss, hat eine gewisse Reibung. Gerade wenn das Fahrzeug meistens älter ist oder in einem sehr gebrauchten Zustand dann schon ist, wird das meistens immer stärker, immer schwieriger, schwergängiger. Und das habe ich dann natürlich bei einem hydraulischen System nicht mehr, weil das bleibt konstant, stellt sich auch automatisch nach, muss man auch dazu sagen, bei einer Kupplung, wenn sie die abnützt, muss ich das mit einer mechanischen Betätigung oder sagen wir mal mit einer Seilzugbetätigung automatisch nachstellen. Oder nicht automatisch, sondern manuell nachstellen und hier geht es automatisch, weil natürlich das, was sich verschleißt und die Kupplung kleiner wird und nachgestellt werden müsste, übers Nachrinnen der Flüssigkeit, der Kupplungsflüssigkeit wieder aufgefüllt wird und somit beginnt der Druckpunkt auf der Kupplung immer am selben Platz. Und das ist bei einem Seilzug nicht. Auch die Handkraft wird etwas geringer, weil natürlich die Reibungsverluste da drinnen aufgrund der Hydraulik dann weniger sind, als wenn ich jetzt einen Seilzug da durch habe. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, es ist vorher jetzt komplett schlecht gewesen, aber das ist natürlich ein netter Gimmick, wo man sagen kann, das ist in der Bedienung schon einmal um einiges angenehmer. Du, ich habe irrsinnig holprig angeleitet und du hast es technisch total solide und perfekt verständlich erklärt. Wichtig für euch, liebe User, es ist wirklich ein sämiges Griffgefühl, es ist angenehm, es hat keinen Losbrechmoment, es ist einfach wirklich irrsinnig konstant und es verlangt einfach doch spürbar weniger Handkraft und somit eine feine Sache. Und alle Kritiker, die jetzt sagen, ein hydraulisches System ist vielleicht anfällig, denen sei auch gesagt, wenn ich jetzt wirklich ein Problem hätte aufgrund von Sturz oder sonst irgendwas, dieser Kupplungsarm, der quasi da in den Motothekel reingeht, der bleibt erhalten und notfalls, wenn ich da in der Wüste stranden würde, könnte ich dort immer noch ein Seil anbringen oder das irgendwie manuell betätigen. Also die Option habe ich dann trotzdem immer noch und somit ist das auch, sage ich, einigermaßen solide und robust und das ist auch, glaube ich, mehrfach erprobt. Magura liefert ja diese Systeme an ganz viele Anbieter am Markt und ja, ist aus meiner Sicht wirklich eine tolle Sache und haben an anderen Projekten auch schon drauf gehabt, diese Heimac-Kupplung. Also finde ich wirklich eine nette Geschichte, oder? Absolut. Also wie gesagt, wenn es darum geht, die Bedienung vom Fahrzeug noch ein bisschen verfeinern zu wollen, ist man mit dem sicher gut aufgestellt. Ja, wunderbar. Somit hätten wir das obere Ende jetzt hier mal abgearbeitet. Schauen wir vielleicht ein bisschen nach unten. Da haben wir jetzt von Gillestooling auch eine Fußrastenanlage drauf, wobei Fußrastenanlage ist fast ein bisschen übertrieben. Es ist quasi eine minimal verstellbare Option, die wir da jetzt haben. Wir haben solide, gefräste Aluminium-Fußrasten, die einen Gummiblock in der Mitte haben, der aber, sobald ich Gewicht drauf gibt, sobald ich aufstehe, zwei Metalltonen quasi nach oben schickt. Und somit habe ich dann irrsinnig satten, sicheren Stand drauf. In der Montage ist es auch ein bisschen aufwendiger, weil man doch Teile vom Rahmen abbauen muss, um das halt korrekter montieren zu können. Aber trotzdem ein sinnvolles Feature. Beim Original habe ich ein bisschen labrige Gummis gehabt da drinnen. Es war optisch auch nicht so ein Highlight. Und das schaut jetzt einfach wirklich sehr solide aus, sehr robust aus. Und ich glaube nicht zuletzt auch ergonomisch durch diesen Verstellbereich, den ich trotzdem habe. Eine feine Sache, oder Martin? Absolut. Also einen guten Kontakt zum Fußrast, das schadet nie. Gerade wenn es dann wirklich ins Richtungsgelände mal gehen sollte. Auf der Straße ist es so, dass man ja hauptsächlich im sitzenden Zustand ein Fahrzeug bewegt. Da ist es nicht ganz so relevant. Aber wenn es einmal ins Gelände geht, stehst du sehr viel. Also gerade wenn es eine gewisse Rauigkeit im Gelände mal gibt, da sitzt du das nicht mehr mehr. Dann musst du aufstehen. Und dann ist es besonders wichtig, dass du ein gutes Gefühl zum Fußraster hast. Weil du über den Fußraster sehr viel spürst, was das Motorrad unter dir dann macht. Weil es ja eigentlich der einzige Punkt ist, wo du nur Kontakt zum Fahrzeug hast. Bis auf die zwei Hände am Lenker. Aber das, was das Motorrad unter dir macht, eigentlich du hauptsächlich über die Fußrasten spürst. Und da ist dann das schon wichtig. Die Fußrasten selber, der Anbau war gar nicht einmal so schlimm. War eher der Hebel selber von der Kupplung. Also nicht von der Kupplung, von der Schaltung, Entschuldigung. Dass man da rankommt, ist ein bisschen bescheiden gemacht. Weil man doch von innen das schrauben muss. Und dass man da rankommt, da muss man einige Teile abbauen. Aber nur mal am Rand, rein von der Funktionalität, muss ich sagen, ist es gut gelungen. Man hat da wirklich einen angenehmen Stand drauf. Und das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Und die Optik geht quasi noch im selben Schritt mit nach oben. Schaut sehr gefällig aus. Aber das muss dann auch jeder selber entscheiden. Geschmack über Geschmack aus dem Zimmer streiten. Mir gefällt es eigentlich ganz gut. Super. Der Scheuthäbel ist mit dabei. Wichtige Info natürlich. Aber ich glaube, der Bremshebel an sich, der bleibt original, oder? Der Bremshebel wurde hier nicht mitgetauscht. Richtig, ja. Genau. Okay, na wunderbar. Dann haben wir das auch geklärt. Ansonsten von Gilles Tooling, dass wir vielleicht den Hersteller fertig machen, den wir da jetzt mit drinnen haben. Wir haben da eine optisch wunderschön gelöste, ich habe dreimal hinschauen müssen, bis ich sie entdeckt habe, vom Lenkerkopf die Schraube quasi oben. Das macht man natürlich, wie schon erwähnt, wahrscheinlich aus optischen Gründen. Aber ich glaube, Gilles wirbt auch ein bisschen mit einer Gewichtsersparnis. Ich weiß nicht, kannst du das nachvollziehen, oder? Wenn es um einen Rennsport geht, könnt ihr es nachvollziehen. Hier würde ich jetzt nicht mit dem Gewichtsvorteil argumentieren. Ich würde es einfach als optische Bereicherung argumentieren. Und das ist es auch. Also schaut super aus. Ist gut gelungen. Ansonsten von der Funktionalität oder vom Gewicht her würde ich das eher einmal in die... Feldunterferner liefen, ne? Genau, ja. Du, optische Sache, auch nur der Kettenspanner, oder hat das in der Praxis doch einen Mehrwert? Was meinst du dazu? Ja, also der Kettenspannmechanismus, den zu ändern, macht immer dann Sinn, wenn es wirklich darum geht, den sehr genau positionieren zu können. Weil wichtig ist immer, dass der Reifer gerade drin steht. Bei vielen originalen Spannmechanismen ist es so, dass die oft schwer zum Ablesen sind, oft gar nicht stimmen. Also es ist auch nicht so selten, dass die Striche links und rechts, also meistens ins Kerben, nicht wirklich eine korrekte Geradestellung des Hinterreifens verursachen. Da ist es nicht schlecht, wenn man wirklich einen verlässlichen Spannmechanismus hat, der gut in der Bedienung ist und es einem ermöglicht, den Reifen anhand der Markierungen auch wirklich gerade positionieren zu können. Weil eine Schiefstellung im Reifen ist klar, ist nicht wirklich optimal fürs Fahrverhalten, auch für die Reifenabnutzung etc. und da schadet es nicht. Es ist auch optisch sehr gut gelungen, muss man sagen. Gefällt mir von dem her ganz gut. Ist auch halt vom Einbau etwas aufwendiger nicht, aber es gestaltet sich ja ein bisschen schwieriger. Man kann nicht einfach durchdrehen, man muss oft absetzen und ist ein bisschen tricky. Aber wenn es einmal eingebaut ist, ist die Bedienung relativ leicht und muss sagen, absolut top. Ja, freut mich zu hören. Was mir auch persönlich sehr gut gefällt, wir haben jetzt andere Blinker drauf, ist jetzt von Kellermann ein Modell mit gedönten Gläsern, hat aber trotzdem ein E-Prüfzeichen. Ist natürlich jetzt einfach eine nette Sache, weil diese Originalblinker optisch natürlich immer sehr wuchtig sind und trotz dessen, dass sie eh an der Tenere 700 auch in LED-Bauweise sind. Aber die sind einfach nett geformt und einfach sehr gefällig und wirken ein bisschen eleganter. Wir haben jetzt auch noch bestellt aus dem Yamaha Originalzubehör das kompaktere Heck. Damit ist mir diese globige Konstruktion dann da auch noch los. Das kommt aber dann erst im nächsten Teil für euch, liebe Zuschauer. Aber wir wollten schon auch optisch das ein bisschen edler herstellen, das Fahrzeug edler darstellen. Es ist natürlich jetzt die Frage, wenn ich wirklich fürs Gelände das mache, dann ist es das Lametta, der nicht viel bringt. Aber wie gesagt, das ist mir persönlich oder ich glaube generell den Motorradfahrern wichtig. Das ist das Auge, das ist natürlich immer dabei und das muss dann schon passen und das muss schon Sinn machen. Und in dem Fall die Blinker, glaube ich, eine nette Ergänzung. Nicht nur eine nette Ergänzung optischer Natur ist aber dann der Auspuff, Martin. Da haben wir jetzt was drauf von zart. Du hast das sogar am Prüfstand stehen gehabt. Ich lasse jetzt gleich die mal zu Wort kommen. Was hältst du noch davon? Das ist ja Titan-Endtopf, bringt ein bisschen Gewichtsersparnis, klingt natürlich sehr kernig. Aber wie ist denn so deine Einschätzung dazu? Also das ist, muss ich sagen, eine recht gute Änderung gewesen. Er bringt leistungsmäßiger ein klein wenig dazu. Also das ist heute zu Tage auch nicht mehr so selbstverständlich, dass man, wenn man einen anderen Auspuff, gerade wenn es im Slip-on-Bereich ist, den ändert, dass man hier automatisch mehr Leistung hat oder sogar die gleiche Leistung. Also viele einfachen Auspuffhersteller erkaufen sich quasi dieselbe Geräuschkulisse vom Originalen oder sagen wir mal eine legale Geräuschkulisse auf Kosten der Leistung. Also man muss schon sehr viel Entwicklung reinstecken, um DP-Killer etc. so zu machen, dass er vom Geräuschspegel im Limit ist, aber keine Leistung kostet. Und da unterscheiden sie sich oft sehr gravierend. Und da muss ich sagen, das ist hier eigentlich ein guter Kompromiss gewesen zwischen Geräuschkulisse und Leistung. Also wir haben Leistung dazugewonnen mit diesem Auspuff, mit dem Slip-on. Muss aber dazu sagen, dass er schon deutlich lauter geworden ist als in der Serie. Aber jetzt noch nicht überdimensional laut. Also es ist vom Klang her gut, also gefällt mir gut. Es ist recht angenehm. Vom Erscheinungsbild muss man aber sagen, wenn man doch länger höhere Geschwindigkeiten fährt, aufgrund der Übersetzung liegen dann doch sehr hohe Drehzellen dann schon an bei dem Fahrzeug, weil das jetzt ja nicht auf Highspeed ausgelegt ist. Dann merkt man die Geräuschkulisse schon sehr deutlich vom Auspuff, auch als fahrender und nicht nur als nebenstehender. Das ist dann schon deutlich spürbar oder hörbar. Und ja, könnte durchaus ein bisschen leiser sein. Aber man muss sagen, dafür hat er auch etwas mehr Leistung zur Verfügung. Also blöd wäre es, wenn es umgekehrt wäre, wenn er weniger Leistung hätte und trotzdem lauter wäre. Aber jetzt muss man sagen, das ist leider bei vielen Herstellern so. Das ist die traurige Wahrheit. Und ich meine, die Geräuschkulisse, wie soll ich sagen, es ist jetzt kerniger, es ist ein bisschen dumpfer, aber es ist nicht unangenehm. Also ich muss sagen, mir hat es eigentlich wirklich getaugt. Und jetzt hast du vorher schon ein bisschen an Leistungsgewinn angekündigt. Weiß nicht, hast du die Zahlen ungefähr im Kopf? Also was haben wir jetzt am Hinterrad an Leistung anliegen? Ja, also wir haben inzwischen 67 und 69 PS am Rad anliegen. Wir haben natürlich jetzt ein weiteres Vorhaben, wird im nächsten Video dann kommen, wo wir das Bike auch bei dir nochmal dann auf den Prüfstand stellen und entsprechend auch eine Abstimmung machen, passend zum Auspuff. Weil etwas, was mir aufgefallen ist, es hat natürlich doch ein bisschen einen Lastwechsel. Das merkt man beim Gasanlegen. Es gibt einen leichten Ruck da, der durchs Fahrzeug geht. Aber ich glaube, das kann man trotzdem ein bisschen kaschieren. Und das ist ja etwas, was diese CP2-Motor-Familie verbindet. Also egal, ob MT07, XSR 700, Tracer 700, diesen Lastwechsel, den haben sie alle ein bisschen drinnen. Aber ich glaube, mit einer Abstimmung kann man dem schon Herr werden und da gibt es ein bisschen Potenzial. Absolut. Also das ist der eine Punkt, ist eben diese Lastwechselreaktionen zu minimieren. Das können wir relativ gut machen. Der zweite Punkt ist, besonders mit der Abgasanlage, mit dem Slip-On, haben wir gesehen, dass sie dann doch eher auf die magere Seite tendiert, von der Abstimmung her. Und da können wir auch nochmal ein bisschen nachlegen und auch nochmal einen Leistungsgewinn rausholen. Das heißt, das sind so die zwei Hauptpunkte, die ich eigentlich dann jetzt mit der Abstimmung, die man dann demnächst dann durchführen beim Fahrzeug, auch nochmal verbessern möchte. Und das rundet die Sache, glaube ich, dann ganz gut ab. Man hat dann ein sehr gutes Fahrwerk, was sich gut bewegen lässt. Die Motor-Gasannahme, Lastwechselreaktion ist gut. Und im Ernsten Fall, wenn man maximale Leistung haben möchte, profitiert man dann natürlich da auch nochmal davon. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Geschichte, wenn man da noch ein bisschen nachlegt. Da bin ich neugierig. Ja, wie gesagt, dazu in Kürze mehr im nächsten Beitrag. Vielleicht findest du noch zwei, drei PSerl. Und damit ist es dann vielleicht auch noch, das Gläntchen, performanter. Und dann haben wir in Summe wirklich ein tolles Projekt. Ja, eine Sache, die muss ich jetzt auch noch loswerden. Man ist natürlich im Jahr 2020 ein bisschen schon verwöhnt. Auch in dieser Reise-Enturo-Kategorie bringen ja viele andere Fahrzeuge noch mehr Komfort-Features mit. Für die einen in der Community ist das jetzt natürlich genau ein Argument, was für die Yamaha spricht, weil die sagen, das ist Motorrad pur. Andere sagen aber wahrscheinlich, ja, das Motorrad taugt mir an sich, aber ich hätte halt vielleicht trotzdem gern eine Traktionskontrolle. Ich hätte gern ein Schalterautomat. Ich hätte gern vielleicht ein bisschen ein einstellbares ABS. Aber einen dieser Punkte, den kann man auf jeden Fall angreifen, weil du hast mir vorher gerade schon off-camera erzählt, Martin. Zumindest für den Schalterautomat hättest du, glaube ich, eine Lösung, oder? Richtig, ja. Also das ist bei den meisten Fahrzeugen heutzutage eigentlich schon fast Standard. Natürlich bei Fahrzeugen, wo man sehr stark aufs Preis-Leistungs-Verhältnis schauen muss, fehlen dann solche Dinge. Dann mal, weil der Hersteller das um den Preis nicht anbieten kann. Aber da hätten wir relativ gute Möglichkeiten, auch ein Schalterautomat zu realisieren. Wir haben hier schöne Schaltgestänge, wo man einen Sensor gut platzieren kann. Also das wird was sein, was wir beim nächsten Mal auch im Rahmen von der Motorabstimmung dann mitmachen. Und dann kannst du dich schon darauf freuen. Dann haben wir auch einen Quick-Shifter realisiert fürs entspannte Cruisen auf der Straße. Ja, wunderbar. Da bin ich echt gespannt drauf. Und wie gesagt, jetzt freue ich mich sowieso mal auf die erste Probefahrt damit. Und ja, sehen wir uns in Kürze dann schon wieder, ne? Absolut. Für euch als Teaser, liebe Zuschauer, es wird im nächsten Video auch noch ein bisschen um Gepäcksysteme, Sturzbügel, Schutzlösungen gehen. Da haben wir noch ein bisschen was vor. Also ja, in diesem Sinne könnt ihr gespannt sein, was euch noch erwartet. Und ja, Martin, an dieser Stelle vielleicht auch Dank gleich an dich, dass ihr euch da wieder um unser Projekt angenommen habt. Und dass du das technisch wirklich so gut und verständlich erläutert hast. Ich lerne ja immer selber was dazu, wenn ich dich besuche. Das gefällt mir ganz besonders. Und ja, ich denke mit diesen Worten werden wir uns jetzt verabschieden. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Schenkt uns einen Daumen hoch. Lasst uns ein nettes Kommentar da, wenn ihr Fragen habt. Können wir natürlich demnach, werden es beantworten. Und ja, bleibt sitzen oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Pfiat euch.